...TW 317A mit jeweils 2200 PS. Rennvergleichsleistung, die über ein riesiges Getriebe für die Normalauslegung befindliche Kraftschraube und den Heckmotor übersetzt werden. Maximale Startmasse 11 Tonnen, Kraftschraubendurchmesser 17,3 Meter, also ein großer Hubschrauber, der neben der Bewaffnung und den drei Besatzungsmitgliedern auch in der Lage ist, in der Kabine bis acht Soldaten mit vollständiger Ausrüstung mitzuführen und auch die Hubschrauber durch die seitlichen Kabinenfenster ihre persönlichen Waffen zum Einsatz bringen können. Not only a Powerflarecraft, but a very big one. Rotor span of 17,3 Meter, heavy too, with a maximum takeoff weight of 11 Tonnen. That's because, unlike the Attack Helicopters you seen earlier today, the Hinde has a surprise behind the cockpit. It has a very large cabin that can carry eight fully equipped troops or ten with less equipment. There are also ports in the side of the cabin, so the soldiers can use their personal weapons while the aircraft is in the air for self-defense. Trotz seiner Größe, das seht ihr ja hier, ist er sehr manövrierfähig, kann die verschiedensten Manöver ausführen, mit hoher Wendigkeit in die Lenkwerte. Man kann nur starten. Als Besatzungsstück wieder häufig hier an Bord, Major Jan Raditzki, Rückführer, 1.800 Flugstunden, davon 1.500 auf der Tisch. All right, the navigator is 700 hours, 900 on this aircraft. Flight engineer is Warrant Officer Vladimir Vechera, 800 hours, 20 call. Von diesem Luftschraubertyp wurden bisher ca. 2300 Stück gebaut. Der Erstflugfand 1969 statt, der war einer der ersten Kampfhochschrauber überhaupt, der mit diesem Ziel entwickelt wurde, ein fliegendes Waffensystem mit Drehflügeln in die Luft zu bekommen. Neben den von uns schon genannten Waffnungsvereinen, mit dem fest eingebauten 4-läufigen 12,7-mm-Mg und den Waffenstationen unter den Fragflächen, ist der in der Lage dort eine Vielfalt verschiedener Waffen zu tragen. Der Mittelfast an der Luftfaktik, der auf ungelenkte Luftflugfaketen, und ungelenkte Luftflugfaketen, von einem Partagio, beziehungsweise zur Verteidigung von anderen Luftfraubern, bei einer Ausgang nach der Luft, und die Welt zu beitragen. Von der 1.000, specifically der 9.000 attack-arikopter in der Welt, in der 24.000, das ist früh in 1959. There was production following here, with over 2.000... Untertitelung des ZDF, 2020